Jasmin 318 Gequälter Widerstand von Jasmin 318 Geiler Scheiß Äh, Jungs, gequälter Widerstand von Jasmin Ey, ey, guckt meine Sniper mal an Inspiziert mich mal Guckt die Sniper an Ich mag die Perks Hau drauf Warte 320 Ja gut, 320 Schön, hat mal zwei Punkte mehr Aber, aber guckt mal Guckt mal meine an Guckt mal meine an Geiler Scheiß, ey Alter, ey, ganz ehrlich, ey Super Sache Ja, lass sie machen Warum nicht Geigen Sie das? Nein, 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 nein aha und man stirbt aber nicht man stört dann aber nicht oder gut 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 aber super timing geiles sniper freue ich mich richtig drüber das wäre jetzt echt knapp gewesen dann gehe ich zu der hier dann gehe ich zu der hier sind schon bei plattform denn da erscheinen reicht so 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 Vielen Dank. Was? Was? Welches? Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht benutzt. Jetzt frage ich mich aber, ob die gequälter Widerstand von Jasmin besser für den Urga geeignet ist. Ja, aber bloß meine schwarze Spindel ist 310 und bei der schwarzen Spindel muss ich nicht nachladen. Und da muss ich nachladen, das kostet ja auch wieder ein paar Sekunden. Ja, ich glaube eh. Am Ende werde ich die sowieso benutzen. Sieht ja gefallen. Ich denke, ich nehme da nie die Spindel wozu. Ich nehme da mal eine andere Sniper. Die ist auch ziemlich gut. Leerer Blick mit Explosivschaden. Präzise Kills mit dieser Waffe lassen das Ziel explodieren. Und Explosivgeschosse. Habe ich schon gemacht. Lauf Schlampe! Lauf! Ich habe jetzt auch gedacht, wir schaffen das nicht mehr. Nicht wirklich zumindest. Aber auf einmal, BOOM! Geschafft. Aber ich habe... Aber halt mal, da fällt mir ein. Ich habe keine Bruchstücke gekriegt. Glaube ich. Eigentlich kriegt man noch Waffen und Bruchstücke. Ich habe es ja nicht auf normal gespielt. Ich habe es nicht gespielt auf normal. Das ist ja der Gag. Nicht schon wieder ein Bug, ey. Dann kriege ich bald eine Krise hier. Laguna. Hier kommst du ja nie rein. Wieso? Oh, ich nicht. Dann bist du besser mit dem Jäger. Aber du magst ja auch den Jäger. Ich hasse den Jäger. Und schwupps. Dann Kiko. Weiß ich. Links. 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 Ah ne nicht da lang, ein weiter, ein weiter links Ach das ist an ihnen schwer sich hier zu orientieren, meine meinung nach ja oh gott, wie soll ich sich ein kind anfühlen ich habe allein drei antiquierte auf meinem warlock und weitere zwei noch auf meinem jäger und noch weitere 1 oder 2 auf meinen titan ich gehe nach links wie immer aber hier nehme ich kein impulsgewehr, hier nehme ich mein impulsgewehr, meine ich bitte Donnerlord, oder was meinst du? äh, Stürmbeschwörer, Stürmbeschwörer, ich kann gern darauf wechseln von mir aus also von mir aus kann ich auch Stürmbeschwörer wechseln, ist mir egal muss ich noch nicht den Akolyten töten oh, alter, wieso töte... oh, meine Fresse egal, ich kann mich wieder beleben also bitte nächstes mal erst den Akolyten töten, wer die anderen gekillt hat und nicht vorher ja also mich sieht er nicht ah aber drauf ist gefallen, er hat sie wiederbelebt immer drauf achten immer drauf achten immer drauf achten, weil ich achte jetzt kann ich mich nicht mehr wiederbleben oh, fang jetzt kann ich mich nicht mehr wiederbleben ja ja würde ich sagen hätte ich mir auch gern geholt, aber egal ne ne, mach ruhig, mach ruhig ich glaube ich war es sogar, aus Versehen ja ich glaube ich habe den aus Versehen gekillt, ich glaube ich war es ja das stimmt auch eine Million nur? verdammt viel zu wenig äh, du hast wahrscheinlich in seinem Rücken mehr Schaden gemacht, das ist es nämlich auch äh, seinen Rücken machst du auch sehr viel Schaden aber im Rücken am besten damit in das Snipe eigentlich reinschießen und nicht mit nem Brutsgewehr das dauert zu lang und er reagiert auch darauf ja das läuft ja schon mal gut den nicht erschießen, den lassen wir lieber, weil nicht gleich kommen wieder Gegner und die werden sonst zu Akolyten Augen oh, jetzt wird einer zum Akolyten Augen egal, er ist tot oh, fuck oh, fuck was meint ihr? hä? ok, jetzt können wir so ja, so wie immer ja, so wie immer hat der ihn gerade die Ako gezogen gehabt oder was? du triffst manchmal du triffst manchmal aus Versehen auch die Ako dadurch du triffst manchmal auch dadurch die Ako, da musst du darauf achten schlag ein bisschen ich werde das auf die Ako, da musst du auf die Ako, da musst du auf die Akoe, da musst du auf die Akoe, da nicht du auf die Akoe, denn du triffst nicht fast und du triffst nicht dacht